So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Curious Expedition. Und ja, ihr habt vielleicht schon das Tutorial gesehen und auch schon den ersten Teil, den wir zusammen mit Marie Curie bestritten haben. Den ersten Verlust mussten wir leider schon hinnehmen, aber die Expedition ist noch nicht zu Ende und wir sind noch am Leben. Marie Curie hat ein kleines Update bekommen und ich würde sagen, wir continuern jetzt mal dieses Game. Jetzt ist der Ballon mal hier oben links. Sehr cool. Vorhin war ich mal rechts. So, jetzt ist er oben links. Und wir continuern das Game und heißen euch herzlich willkommen zum dritten Teil hiermit, zu diesem kleinen Let's Test, was so langsam zu einem Let's Play wird. Weil es einfach super viel Spaß macht und hier auch mal schöne Grüße an die Entwickler, die einfach mal unter das Video kommentiert haben. Wie cool sind die eigentlich? Also sehr geil und los geht's mit dem Spiel, denn dafür seid ihr hoffentlich da. Ja, so, choose your next destination. Und so wie es aussieht, sind wir jetzt nicht mehr in Asien, sondern in Afrika und hoffentlich wird's da nicht allzu trocken. Aber es könnte gut sein, dass wir da vielleicht endlich mal einen Dinosaurier treffen, weil einen Dinosaurier haben wir noch gar nicht gesehen. Wir haben bisher nur gegen Tiere gekämpft, die es auch sonst so gibt. Zum Beispiel Hyänen und Tiger. Wusste ich gar nicht, dass es Hyänen in Asien gibt. Vielleicht muss ich das mal recherchieren, ob das überhaupt möglich ist, dass es da Hyänen gibt. Egal. Choose your next destination. Tiki-Taka Drylands. Sehr cool. A harsh and desolate area into which only experienced explorers should venture. Mittlerweile haben wir ja ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber, ja, wir schauen mal. So, also, los geht's. Start Expedition. So, die Wolken ziehen sich zur Seite. Hier wird irgendetwas geladen. Hier ist unser Trupp. So. You can now take up to four units on your expedition. You can now refill empty slots from units you have lost during your last expedition. Das ist cool. Das bedeutet, wir haben jetzt hier eins, zwei. Hier unseren Pater und unsere beiden Tiere, der Esel und der Wasserbüffel. Und natürlich Marie Curie, die mit ihrem Adrettenkleid und ihrem Stöckchen oder was sie da dabei hat, am Start ist so. Dann haben wir hier einmal den British Soldier. Every drag needs at least one person in the front line and this is your man. Upsa. He finds great satisfaction in combat. Gains sanity through combat. Wir erinnern uns, Sanity brauchen wir, um uns überhaupt irgendwie fortzubewegen und irgendetwas tun zu können. Und dieser hier hat großes Gefallen darin, sich in einer Schlacht zu schlagen. Und dadurch bekommen wir mehr Sanity. Wunderbar. Amount 1, Unit Value 1. Okay. Dann haben wir hier den Scottish Soldier. As much as tough warrior as a fine gentleman. Increased effectiveness of whiskey. Ah, dafür brauchen wir also den Whisky, den wir neulich mal gefunden haben. Ähm, okay. Er kämpft nicht durch, also wird nicht besser durch den Kampf, sondern er braucht einfach mal einen ordentlichen Schluck aus der Bottle. So, was haben wir denn hier? Einen Missionar. Hm, der sieht mir aber nicht sehr sympathisch aus. The spiritual and moral backbone of the track. Increases maximum sanity points. Okay, vermutlich das gleiche wie der hier, ne? Können wir zwei von denen haben. Können wir hier einen kleinen Kreuzzug machen, wollen wir aber nicht. So, Sailor. A hardened and experienced sailor of the known seas. Increased effectiveness of cost and flares. Of cost and flares. Küsten, Flammen, Leuchttürme, irgendwie sowas. Oder einfach nur Fackeln oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall extrem sympathischer Tipp. Wird vermutlich auch mit dem Schluckchen Whisky nicht abgeneigt sein. Aber, ja. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ein Persian Translator. Sehr cool. Einen persischen Übersetzer. This scholar will improve your communication with indigenous tribes. Especially when visiting native villages. Increases sanity gained when resting in villages. Ah, das ist natürlich nett. Also, der versteht sich sehr gut mit den Eingeborenen, kann mit denen quatschen. Und, ja. Wir bekommen sanity, wenn wir uns in Dörfern ausruhen. Hm. Das ist vielleicht eine Erwägung wert. Weil, ich hatte jetzt beim letzten Mal gesehen, als ich nochmal das letzte Test angeschaut hatte. Ich hätte ja eigentlich gerne noch, wäre ja noch viel weiter gezogen. Hätte einfach alles ausgekundschaftet. Nicht schnell, schnurstracks geradeaus zur Pyramide. Wenn wir, glaube ich, gewusst hätten, dass wir die Heilquellen gefunden hätten. Und, ja. Wenn wir einfach ein bisschen mehr sanity gehabt haben. Das werden wir jetzt diesmal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht geht diese Folge etwas länger. Wir machen sogar zwei Teile daraus. Wir schauen mal. So. Percy Trader. A wandering merchant of the Orient. Improves bargaining. Oh. Das ist jemand, der sich mit dem Handel auskennt. Und unsere Handelsfähigkeiten verbessert. Das sieht aus wie ein Koch. Jawohl. Ein Cook. A cook who delights in making meals from unusual ingredients. Zum Beispiel aus Whisky vielleicht noch einen Schnitzel zaubern. Gain sanity through cooking meat. Cooking meat. Okay. Und dann gibt es hier noch einen weiteren Esel. Der nochmal drei weitere Sachen tragen kann. Und hier unten haben wir unsere alten Ausrüstungsgegenstände. Wunderbar. So. Jetzt ist die Frage. Wir möchten eigentlich jemanden, der kämpft. Das heißt, einer von den beiden wäre ziemlich cool. Und dann noch einer von diesen hier. Der fällt schon mal raus. Dann würde ich sagen, entweder British Soldier oder Scottish Soldier. Und ich glaube, ich entscheide mich für den Scottish Soldier. Weil er einfach mit einer Flasche Whisky zufriedenzustellen ist. Das ist schon mal cool. So. Dann ein Sailor. Person Translator. Parsi Trader. Einen libanesischen Händler, glaube ich. Und einen Koch. Hm. Was nehmen wir denn da? Also ich schwanke so zwischen diesen beiden. Weil hier kann man natürlich besser mit den Eingeborenen quatschen. Der ist natürlich ganz cool. Ähm. Aber. Tja. Entweder Handeln verbessern. Oder Schlafen verbessern. Und ich glaube, wir werden es mal mit Schlafen verbessern versuchen. So. You want? Two. I have two. Okay. Dann würde ich mal sagen. Let's go. This is a deal. Das wäre natürlich jetzt was. You can take up to four units on your expedition. Kann ich jetzt? You want two. Ach so. Kann ich vier? Kann ich vier Stück nehmen? Ja. Das wäre natürlich großartig. Okay. Dann würde ich sagen. Das letzte Mal hatten wir ein Problem mit wilden Tieren. Wir nehmen nochmal den hier mit. Und dann ist die Frage, ein Koch oder noch ein Esel? Tja. Das ist die große Frage. Ich glaube, ich nehme einen Esel mit. So. You want four? Und jetzt deal. Come on. Hm. You can now refill empty slots from units. You have lost during your last expedition. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hm. Hm. Okay. Jetzt ist es grün. Aha. Ich kann nur einen mitnehmen. Vielleicht zählt hier irgendwie der Esel. Ach gut, der Esel wird wahrscheinlich schon zählen. You want one. Das fehlt hier noch so ein bisschen. Kleinen Tipp an die Entwickler. Die schauen bestimmt mal wieder rein. Man muss hier irgendwie erkennen, wie viele hat man denn? Also wenn jetzt hier irgendwie stehen würde, drei von vier oder so, dann würde man das irgendwie, glaube ich, blicken. Oder hier, drei von vier. So. Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Scottish Soldier, weil wir haben hier gar niemanden, der kämpfen kann. Tja. Schade. Aber vielleicht können wir beim nächsten Mal ja noch jemanden mitnehmen. So. Deal. Okay. Before venturing out, you can spend some of your fame on helpful starting gear. Das würde jetzt hier am Anfang so ein bisschen länger dauern, bis sie dann mal geblickt haben, wie das alles funktioniert und welches Item irgendwie kann. Und dann würde das gar kein Problem sein, bei den nächsten Folgen alles ein bisschen schneller zu machen und das zu beschleunigen. Before venturing out, you can spend some of your fame on helpful starting gear. An adequate choice of equipment is vital for a successful expedition. Das ist wohl wahr. So. Wir haben 136 fame. Was brauchen wir denn? Also gut, unser Soldat braucht auf jeden Fall. Oh, der hat jetzt schon Angst, der gute Mann. Wir haben hier ordentlich Ammo am Start gehabt. Was haben wir denn da? Einen Drafting Kompass. Kompasses are used for cartography. Schön. Ja. Haben wir nicht da oben schon einen Kompass? Oder verstehe ich nicht. Schokolade haben wir zwei. Rohes Fleisch haben wir drei, aber wir haben keinen Koch mitgenommen. Das heißt, da können wir jetzt erstmal nicht so viel machen. Whisky für unseren schottischen Mann. Da würde ich mal sagen, nehmen wir auf jeden Fall mal zwei Flaschen mit. So. Dann Fackeln. Kann man eigentlich immer auch gut gebrauchen. Können wir vielleicht auch nochmal zwei mitnehmen. Dann was haben wir denn hier? Okay, vermutlich kommen wir damit besser durch den Dschungel, was vielleicht keine schlechte Idee ist. Wir halten das mal im Auge. Eine Kostenflair. Ah, okay, das war das, was der Seemann so gut benutzen kann. It can also be helpful to reveal nearby areas. Be careful with flammable material. Okay. Dynamite. Da wissen wir ganz genau, was das macht. Was ist das hier? Colorful Marbles. A good trading object. Ah, das sind einfach Murmeln. Wie nett. Okay, cool. First Aid Kit. Da werden wir auf jeden Fall eins mitnehmen. Wenn nicht sogar zwei. Je nachdem, was wir jetzt hier noch dazu packen. Weil das ist natürlich eigentlich unausweich, dass wir sowas haben. Ich weiß nur nicht, wie viel Fame wir dafür brauchen können. Und wie weiß ich, wenn wir es mal wieder kriegen. Weil wenn wir dann nämlich alles schon verblasen haben, auch nicht gut. So, Fireworks. Very impressive fireworks. Can be used to draw attention away from you during your next leg to move. Undetected through dangerous zones. Mhm, okay, interessant. Wir haben insgesamt nur zwei, vier, fünf Sachen. Während wir hier nochmal eins auffüllen und dann nochmal zu einem hinzukommen. Wir wollen natürlich auch neue Dinge finden. Das heißt, das macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn wir das Ganze hier zumachen. Zu slotten. Deswegen mal schauen. Climbing Gear. Climbing Gear makes passing through elevated territory much easier. Weather Balloon. A balloon to collect interesting scientific data. Das ist eigentlich genau mein Ding, muss ich mal sagen. Ein Rope. Rope number one. The most important item of every self-respecting. Blabla. Haben wir hier vier Stück. Brauchen wir keine. Ammo for your rifle. Das können wir eigentlich auffüllen. Kann man, glaube ich, nie zu viele haben. So. Butterfly Knight increases chance of finding butterflies by 10%. Das würde ich nehmen, wenn ich Charles Darwin gewählt hätte. So. Dann haben wir hier eigentlich Whisky für unseren Soldier. Noch ein paar Fackeln. Man weiß ja nie. First Aid Kit und Munition. Das ist jetzt sozusagen das Konservative. Ein Slot kommt zusätzlich dazu. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier noch irgendetwas mit. Was wir vielleicht brauchen könnten. Ich hatte hier ja schon mal die Machete am Start. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Und das würde ich mal sagen, wir nehmen mal eine Machete mit. So. Dann haben wir nicht alles verbraucht. Wir sind jetzt am Anfang mal ein bisschen konservativer, was hier das angeht. Wir sehen ja dann, was wir wie brauchen. Okay. Die Knöpfchen ist grün. Können wir los. Dann würde ich sagen, auf geht's. Congratulations on equipping yourself for the track. Good luck from here on. Thank you very much. Alright. Geht's los. Also wir haben vier Teile. Hier haben wir unseren Spring. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns mal so durch. und gehen gleich mal hier rüber zum Fragezeichen. Oh. Da oben ist schon mal gleich was entdeckt worden. Was haben wir hier? War da irgendwas? Ein Geysir. Mhm. Okay. Ist irgendwas passiert? Nö. Ich glaube nicht. Was ist hier? Nix. Äh. Okay. Wir haben einen Geysir entdeckt. Das ist cool. Hat uns jetzt aber nicht so unfassbar weitergeholfen. Dann gehen wir jetzt mal in diese Richtung. Mal schauen, was hier am Start ist. Mhm. Was bedeutet denn das hier eigentlich nochmal? Das weiß ich nicht. Hier haben wir was gefunden. Ein Elephant Graveyard. Das ist cool. Da finden wir vielleicht wieder einen Stoßzahn. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Explore Graveyard. This bleak and foreboding place was situated in the middle of a swamp, littered with the remains of long-dead elephants. For some reason, the elephants of many generations had come here to die. So. Wir werden das vielleicht noch einmal vorlesen, aber nicht die ganze Zeit. So. Search Area werden wir auf jeden Fall tun. Drei Tage hat das gedauert. We spread out and search the area. After some time, we found valuable elephant tasks. Wunderbar. Den nehmen wir natürlich alle. So. Und da sind wir auch schon wieder fast voll. Ja. So geht das. Aber vielleicht verzehren wir nachher einfach ein bisschen was von der Schokolade. Continue. Okay. Okay. So. Dann gehen wir mal hier runter. Very nice. Okay. Hat uns noch nicht so viel gebracht. Hier würde ich ja gerne auch nochmal hin. Wir haben ein Schmetterling gefunden. McFarlane's Fast Flyer. Wäre schön gewesen, wenn wir... Oh, das ist ein Dorf. Wie cool. Wir haben ein Dorf gefunden. So. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir den Kontakt zu den örtlichen Einwohnern auf. Enter the village. Vielleicht können wir ja ein bisschen was handeln. Ja. Wir haben ja hier das Fell, wir haben Fleisch und den Stoßzahn. Vielleicht können wir ein bisschen was handeln. As we entered the small settlement, the natives observed us with caution. They were kind and offered to help our cause. Sehr cool. Hier haben wir das letzte Mal, in so einem Dörfchen haben wir das letzte Mal unseren Wasserbüffel bekommen. Wir können zwei Dinge tun. Stay overnight und trade. Ich würde mal sagen, wir traden erst mal. Und dann versuchen wir mal über Nacht zu bleiben. Brauchen wir vielleicht, weil wir müssen ja unsere Energie wieder aufladen. Okay. Aber erst mal traden. So. Die bieten uns an Fackeln und Cocoa Leaf. Sehr cool. Comparable to Salad with an interesting adrenalizing effect. Der ist wirklich interessant, der Effekt. Also makes... Upsala. Also makes a wonderful revitalizing tea. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Fackeln brauchen wir eigentlich nicht. Was wir offern ist auf jeden Fall mal Meat. Eine Fackel kostet fünf. Dann tun wir nochmal Meat oben drauf. Sechs. Da werden sie vermutlich sehr zufrieden sein, wenn wir das tun. Was war denn das hier? Okay. Sollen wir ein bisschen Cocoa nehmen? Wir nehmen mal ein bisschen Cocoa und geben denen dafür unser gesamtes Fleisch. Okay. Das war gleich mal zehn. Vielleicht können wir denen noch etwas geben. Was ist denn das Fell wert? Oh, das Fell ist richtig teuer. Wow. Okay. Ja, das ist natürlich der Hammer. Dann geben wir denen mal das Fell. Und dafür sacken wir ordentlich. Ja, das ist doch cool. Dann haben wir noch zwei Fackeln extra und zwei Cocoa Blätter. Ähm, Coca Blätter. Ähm, ihr wisst, was das bedeutet. Ähm, dass wir vermutlich relativ beschwingt durch unseren... Durch den nächsten Dschungel laufen werden. So, dann würde ich mal sagen, deal. We came to an agreement with the natives. Okay, scheint aber nicht irgendwie schlecht oder gut gewesen zu sein für unsere Reputation. Und deswegen würde ich sagen, stay overnight. Wir haben nämlich, ähm, nur noch 91 von 140 und dann gehen wir mal ins Bettchen. We told the man to unpack and prepare our things for the night. The natives were very hospitable and we spent an enjoyable evening with them. Ähm, sehr cool, ja. Sehr schön. Geschichten erzählen ums Lagerfeuer. Ein Traum. Wo ist denn der Chef von denen? Heute nicht da. Das letzte Mal konnten wir den Chef von denen fragen. Isaac Henry Spencer. Ja, das, ähm, jetzt können wir uns ja ein bisschen auch mal mit uns selbst beschäftigen. Mr. Kelly ist wieder dabei. Der Donkey Level 2. Sehr cool. Ähm, Mr. Needham. Water Buffalo. Ist auch am Start. Dann Isaac Henry Spencer. The spiritual and moral backbone of the track. Alright. Marie Curie. Der geht's gut. Und, äh, Torquiel McFarland. Torquiel McFarland. A real British name, I would say. Ähm, as much a tough warrior as a fine gentleman. Wunderbar. Solange er sein Röckchen nicht hebt, ist alles gut. So, dann würde ich sagen, sleep. Ein Tag. Wir haben Sanity dazu gewonnen. Sind es wieder komplett aufgefüllt. Allerdings haben wir zweimal Reputation verloren. We slept in a great comfort and safety. The following morning we were broken. We were not broken. We were woken. By a group of native children. Seemally making fun about us oversleeping. While we still felt welcome, we could tell that the villagers were not longer as willing to cater to our needs. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, wird es Zeit aufzubrechen. Wir sind auch nicht hier, um, äh, uns in, äh, im Busch mit den Einheimischen zu unterhalten. Ein bisschen vielleicht schon, aber nicht ausschließlich. Deswegen würde ich mal sagen, leave. We packed up the track and headed out as new adventures could be waiting around the next corner. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. So, dann gucken wir doch mal. Ein inaktiver Vulkan. Sehr cool. Hoffentlich bricht der nicht zufällig aus, während wir in seiner Nähe sind. Das ist uns ja im Tutorial passiert. So. Hier haben wir eine Höhle. Die würde ich natürlich gerne mal erforschen. Dann würde ich hier erstmal ein bisschen runter gehen. Okay, da oben ist Gefahr. Aha, ein Tiger, der sich uns annähert. Hier haben wir einen Waterfall, der eventuell ganz cool ist. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier so eine Runde und versuchen so auch dem Tiger zu entgehen, weil ich mag eigentlich nicht, dass meine Leute verletzt werden. Äh, auch wenn wir jetzt First Aid Kits haben, sollten wir nicht unbedingt das drauf ankommen lassen. Ich sehe gerade, wir haben zwei XP-Punkte. Könnten wir eigentlich jemanden geben? Level up. Dafür braucht man vier. Nochmal vier. Vier und Acht. Okay. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen sammeln. Ja, dann gehen wir mal zu dem Fragezeichen. Schlapp, schlapp. Was haben wir denn hier? Oh, die Mission. Sehr cool. Das sehe ich zum ersten Mal. Sieht echt sehr cool aus. Dann würde ich sagen, okay, der Tiger folgt uns wohl. Muss man ein bisschen aufpassen. Dann gehen wir doch mal rein in die Mission. We entered the mission and were greeted by an old missionary. He rejoiced at the sight of new faces, as he had been alone for longer than he cared to remember. Der arme Mann war so alt. Okay, wie sieht das denn aus? Okay, das ist eindeutig eine Alpha-Hütte. Eine Alpha-Version des Dorfes, was das hier sein soll. Sehr süß. Das wird mit Sicherheit dann in der Beta besser aussehen. Und im richtigen Spiel erst. Da würde es richtig gut aussehen. So, was können wir denn tun? Wir können Overnight Stay, wir können traden, Deliver Fame Items und Leave. Okay. Ja, ich würde sagen, auswohnen müssen wir uns jetzt noch nicht so unbedingt. Zum Traden hätten wir einen Stoßzahn. Aber vielleicht Deliver Fame Items könnten wir tun. We gave the priest one of the treasures we had acquired during the expedition. The priest observed it in awe and promised to have it delivered back to the civilized world. Was war das denn? Das war unser Stoßzahn. Okay. Haben wir jetzt einfach unseren Stoßzahn, den gegeben, ohne dass wir dafür was bekommen haben? Oder wie sehe ich das? Das wäre nicht so gut. Stay overnight und trade. Dann traden wir nochmal ein bisschen. Was hat der für uns? Aha, der hat nochmal Mad Packs für uns. Die könnten wir natürlich einschnabulieren. Bieten wir dem dafür? Naja gut, das Fleisch reicht da nicht für. Das war natürlich klar. Hm, okay. Wie steht es denn mit Gucker? Findest du gut? Findest du nicht so gut? Tja, ich weiß nicht. Ich hätte natürlich gerne ein First Aid Kit gehabt. Und hier unsere Machete ist schon aufgebraucht. Einmal durch den Busch ist die Machete weg. Hm, fand ich nicht so gut. Nee, aber das ist mir jetzt momentan noch nicht wert, hier noch mehr zu investieren. Ja, dann würde ich sagen, canceln wir, dass wir dort not come to an agreement with a preacher. Und liefen mal eine Runde. We said our goodbyes and he wished us luck. New discoveries await. So ist das wohl. Und weiter geht's. Und dann würde ich mal sagen, besuchen wir die Wasserfälle. Wenn wir dürfen. Dürfen wir wohl nicht. Müssen wir wohl erstmal hier lang laufen. Oder ist das einfach nur eine Sehenswürdigkeit ohne große... Das ist aber krass. Jetzt müssen wir... Also dieses kleine Stück kostet schon Sex Sanity. Und der Tiger scheint uns wirklich irgendwie zu folgen. Okay, hier zeigt jetzt nun... Explore. Was haben wir denn gefunden? Irgendwas haben wir hier gefunden. Thick Drylands Jungle. Aber wir sind mitten in den Dschungel rein. Und tatsächlich, der Tier folgt uns. Da habe ich jetzt ja mal nicht so eine Böcke drauf. Okay. We arrived at a magnificent... Okay, das ist auch eine Beta-Version des Wasserfalls. Waterfall. It was an awe-inspiring sight. The water cooled down the air, creating a fresh breeze. Okay, wir könnten hier über Nacht bleiben. Das würde ich eigentlich gerne tun, weil dann sind wir wieder voll. Und es könnte natürlich sein, dass der Tiger uns dann hat. Das testen wir jetzt einfach mal. Wir sind ja nicht komplett unbewaffnet. Und haben ein bisschen First Aid. Also wir werden es einfach mal probieren. Rest overnight. We settled down, allowing everyone to rest. Tonight, we were not alone. The sound of beating drums echoed through the jungle as we stared into the flames of the campfire. Everyone was quiet and listened to the drums, as if they were trying to decipher the underlying code. Sehr romantisch. Ich hoffe, Sie hören nicht das Furzen eines Tigers, der uns nämlich auf der Lauer ist. Da ist er. The next morning we woke to the gentle noise over the falling water. Okay. Leave. Und ich glaube, jetzt kommt nämlich gleich, jawohl, der Tiger. Der kommt uns schon bedrohlich nahe, so wie man das sieht. Wir versuchen jetzt mal hier so ein bisschen hoch zu... Okay. Jetzt sind wir ja weit gekommen. Aber der Tiger scheint hier so ein bisschen festzustecken. Das ist ja schon mal ganz gut. So, ich würde dieses Eck jetzt mal außen vor lassen. Zumal das hier so ein bisschen so ausschlägt. Ich hoffe, hier ist nicht die Pyramide drin. Sonst haben wir wirklich ein Problem. So, aber ich würde einfach mal in diese Richtung gehen. Nee, Moment. Hier scheint irgendwie Berg zu sein. Dann gehen wir doch mal hier lang. So. Wunderbar. Da sehen wir hier über die ganze Fläche. Und da ist der Tiger auch. Da müssen wir also aufpassen. Aber ich würde trotzdem gerne schauen, was denn hier das Fragezeichen ist. Oh, oh. Der ist uns aber bedrohlich nahe gekommen. Isaac Henrys Tender Dadly Flyer haben wir gefunden. Und was war hier? Ein Geysir. Wunderbar. Schön. Aber nicht von besonderem Interesse. Diese Höhle wollten wir ja eigentlich auch mal anschauen. Was ist eigentlich das hier für ein Flecken? Das ist einfach unbekanntes Land. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in diese Richtung und hoffen, dass der Tiger uns nicht... Oh, no. Der kommt jetzt immer näher. Ei, ei, ei. Okay. Und hier ist ja irgendwie ganz, ganz fett was am Start. Da habe ich auch schon richtig Angst vor. Na gut. Ah, jetzt kommt der Tiger. Der Tiger kommt. Ob wir wollen oder nicht, ich glaube, der Tiger kommt einfach. We were attacked by a hungry tiger. And we attacked the tiger. However, and Isaac were unlucky enough to have been injured by the largest animal. Oh, no. Okay. Wir sind also wieder mal verletzt worden. Wir nehmen aber natürlich alles mit. Hier Tigerpad. Damit können wir natürlich später uns wieder Medizin handeln. Das ist natürlich cool. Ein Tigerzahn auch schön. Und raw animal meat. Nehmen wir alles mit. Können wir mindestens mit handeln. So, und hier müssen wir jetzt unbedingt tätig werden. Ähm, die Frage ist nur wie. Müssen wir es einfach benutzen. Aha, okay. Ja, das war nicht sehr clever. We set up cam to treat the injured. Okay, so funktioniert das also. Wer soll behandelt werden? Ich würde mal sagen, zuerst mal unser Mr. McFarland. Injuries of McFarland. He had some color return to his cheeks afterwards. Okay, dann werden wir aber auch Isaac Henry Spencer heilen. We used the first aid kit to treat the injuries of Isaac Henry Spencer. He felt much better afterwards. Sehr gut. Hat sich also schon mal gelohnt. God will guide our way. Auf jeden Fall. So, und jetzt ab in die Höhle. Explore the cave. Hoffentlich kein Bär drin oder was in der Art. Wir schauen mal. Ja, auch hier so ein bisschen Alpha-Version eines Berges. Man erkennt schon ganz grob, dass es mal ein Berg sein soll. Dafür haben wir extra Fackeln eingepackt und los geht's. So, wunderschön. Diese Höhle sieht ein bisschen anders aus wie die Höhle, die wir mal besucht haben. Ich glaube, die ist auch noch ein bisschen Beta. Müssen wir mal schauen, wenn das nämlich jetzt alles nur so Beta ist, oder so Alpha sogar, dann müssen wir uns überlegen, ob wir den Test einfach jetzt hier abbrechen und vielleicht mal mit einer zweiten Person machen, um einfach mal herauszufinden, ob sich da was ändert. Ja, aber schauen wir jetzt mal. Wir machen jetzt einfach mal diese Map zu Ende. We lit a torch and descended into the darkness. We were surprised to see that this was just the entrance to a long underground tunnel. Natürlich explorieren wir diesen Tunnel. We explored vast caverns and twisted corridors. I don't remember how many hours we ventured on, as I lost all sense of time and space. We were all relieved when we saw a beam of light shining from an exit. We moved on. There were more adventures waiting us. Okay. So, jetzt ist Folgendes passiert. Ich verstehe. Diese Höhle war nicht einfach nur eine Höhle, sondern sie war gleichzeitig ein Durchgang zur anderen Seite der Karte, was echt eine schöne Idee ist. Super. Für gewöhnlich käme man jetzt hier einfach wieder raus. Und naja, es wäre halt alles so wie immer. Aber nope. Wir haben hier echt eine Strecke zurückgelegt. Sehr coole Idee. Okay, fein. So, stellt sich jetzt für uns die Frage, ob wir ein bisschen nach oben wandern, weil ich glaube, wir müssen nach oben oder ob wir weitergehen und unten ein bisschen noch was erforschen. Und ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Kompromiss und wandern so und kommen dann wieder so hoch, weil wir haben jetzt erstens mal auch nicht mehr so viel Sanity und die Folge sollte natürlich auch nicht unendlich lange dauern. Deswegen würde ich mal sagen, let's go this way. Hier ist ein schöner Hügel. Da haben wir auch dann Übersicht. Stapf, stapf. No! Hyänen. Auf gar keinen Fall werden wir die Hyänen konfrontieren. Das wäre ganz schlecht. Wir müssen, glaube ich, ins Native Village. Und dort sind wir sicher und dort müssen wir unbedingt pennen. So, let's go. Hoffentlich können wir denen entkommen. Nein, kommen wir nicht. Wir werden versuchen abzuhauen. Das letzte Mal hat es gut funktioniert. Drei gegen drei. Und wir waren schon mal verletzt. Wir haben nichts mehr zum Heilen. Das heißt, let's run. We managed to escape. Gott sei Dank. The group was scared and exhausted afterwards. Okay. Und weiter geht's. Come on. Hyänen folgen uns. Nein, sie folgen uns nicht. Sehr gut. Enter the village. We approached a sprawling native village. The villagers seemed to have heard about us. They were cautious, but politely offered to help our cause. Okay, sie kennen uns schon. Sie haben schon von uns gehört. Das halte ich jetzt mal für nicht so die gute Geschichte. Aber wir werden mal mit denen einfach mal einen guten Deal abschließen. What? Was ist das denn? Eine Hornflöte. Sehr cool. A peculiar organic object that produces a faint and unnatural sound. It seems that it can scare away some wildlife. Das ist sehr, sehr cool. Die will ich haben. Kostet auch nur 10. Geht eigentlich. So was haben wir dann. Drums. These produce some interesting sounds. Ich glaube, das ist... Wow, die sind richtig teuer. Die sind richtig cool, glaube ich, für unser Fame. Und mit dem Fame können wir ja später Dinge kaufen. Das heißt, wir haben hier noch Slots frei. Wir haben viel Fleisch. Und mit Fleisch können wir nicht so viel kaufen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal versuchen, ein paar Sachen hier in die Waagschale zu werfen. Genau. So. Den Tigerzahn und den Tigerpelz würde ich natürlich ungern tauschen wollen. Ist auch gleich bedeutend teurer. Ich glaube, das könnte ein ganz guter Deal sein. Aber na gut. Irgendwas müssen wir tauschen. Das ist gut zum Schutz. Und das da ist, glaube ich, ganz gut für unsere Reputation. Unsere Reputations. Da würde ich mal sagen, Deal. Wunderbar. Alles ist gut. Und wir müssen dringend pennen. Das heißt, stay overnight. Tja. Ihr wisst, was passiert, wenn man durch den Leuten Alkohol gibt. Die werden davon abhängig. Sie wollen immer wieder Alkohol. Und das liegt nicht daran, dass sie böse Menschen sind, sondern, soviel ich weiß, fehlt denen ein Enzym, womit sie das ordentlich verarbeiten können. Und deswegen werden die ein bisschen schneller alkoholabhängig. Ich weiß es nicht. Wobei, ich glaube, bei denen ist das kein Problem. Nur bei den Asiaten. Ich habe keine Ahnung. Das hier ist ein Computerspiel. Ich gebe den Whisky, weil ich hoffe, dass wir dann Freunde sind. Das wäre natürlich cool. Okay, wir geben den Whisky. We wanted to be polite and handed over one of the bottles. The villager was seemingly happy, took the bottle and disappeared with it in one of the huts soon after. Okay, da hat sie zurückgezogen in seine Hütte und macht sich jetzt einen schönen Abend. Hoffentlich ist da noch eine Frau drin. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir schön schlafen. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen anstrengender geworden. Allerdings hat sich jetzt unser Standing nicht um zwei, sondern nur um eins verringert. Ich glaube, das lag an der Flasche Whisky. Das ist wunderbar und wir sind ein bisschen erholter. Nicht viel, aber immerhin. Und wir lieben trotzdem mal, weil wir wollen ja nicht Stress mit den Einheimischen haben. We got ready and headed out, Roger. So, was haben wir denn hier nochmal? Ein Waterfall. Was sagt denn unser Kompass? Der Kompass sagt nach Westen und nach Norden. Also irgendwo hier. Das heißt, Ja, wir gehen mal hier hoch zu den Waterfalls. Hoffen, dass die Hyänen uns nicht folgen. Genau. Den exploren wir dann. We arrived at the magnificent waterfall. It was an awe-inspiring sight. Und so weiter und so fort. Da könnten wir über Nacht schlafen. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Das machen wir doch. Und so weiter und so fort. Jawohl, schönes Campfire. Sleep. Okay, das hat... So viel haben wir jetzt nicht geschlafen. Und ich muss sagen, es kostet ja auch immer Tage. Die werden nachher wieder abgezogen. Das heißt, da können wir natürlich auch nicht unfassbar lange das immer wieder tun. Oh, und wir sind natürlich auch langsam in Gefahr. Aber wir machen uns langsam auf den Weg. Und würde ich sagen, wir latschen ein bisschen in diese Richtung, weil die Hyänen folgen uns schon wieder. Dann ab durch den Dschungel. Jawohl, wir haben die Pyramide gefunden. Sehr cool. McFarlane Skull Small Butterfly haben wir auch gefunden. Gut, unseren Leuten geht es allen wunderbar. Wir haben mittlerweile acht Experience Points. Sehr schön. Da können wir uns mal überlegen, was wir hier upgraden. Wir haben Gott sei Dank auch niemanden verloren. Das heißt, wir werden vielleicht mal unseren Scottish Soldier updaten. Das könnten wir eigentlich gleich tun, bevor wir die Pyramide betreten, weil dann ist das Level vorbei. So, dann würde ich sagen, ja, unsere Madame, die kann man nicht upgraden. Die bleibt wohl immer Level 1. Dann werden wir unseren Soldier. Dann haben wir hier den Missionary. Und natürlich Mr. Neetam und Mr. Calu. Hier haben wir schon mal ein Upgrade. Ja, da waren wir eigentlich ganz gut bestückt. Das heißt, eins würde ich jetzt auf jeden Fall mal hier dem McFarlane geben. So. Increased Whiskey Effectiveness bei 2. Sehr schön. Ist immer noch ein bisschen ängstlich, der Kollege. Und hier Increased Whiskey. Ach so, das ist dann sozusagen der dritte Status, den man erreichen kann. Dann haben wir noch vier Experience Points. Und, tja, was machen wir denn da? Maximum Sanity Points increasing wäre natürlich auch ganz nice. und ich glaube, das machen wir einfach mal. So. Wunderbar. Level 2. Null Experience Points. Dann haben wir das soweit gepackt. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen was erforscht und würden dann einfach mal in die goldene Pyramide gehen. Ich glaube, wir haben einen neuen Charakter freigeschalten. Sehr gut. Enter the Pyramide. We successfully uncovered the golden Pyramide. Your name will be remembered. Choose a new perk for your Explorer. Sehr cool. Wir können uns eine neue Eigenschaft heraussuchen für unsere Madame. Heavy Carrier. Gain two additional inventory slots. Wird langsam immer interessanter, weil unser Inventory sieht ja auch einigermaßen crowdy aus. Done. Good Reputation. Start each expedition with a standing bonus. Ist mittlerweile auch ziemlich interessant, weil wenn wir öfters mal uns in ein Dorf begeben, dann sinkt uns Reputation immer wieder. Das heißt, wird interessanter. Jungle Explorer. Reduces Movement Costs in Jungles. Auch interessant. Finde ich aber nicht so interessant wie die anderen beiden Sachen. Jetzt ist die Frage, mehr tragen oder mehr Reputation? Reputation ist uns bisher noch nicht zum Verhängnis geworden. Aber wir könnten mehr tragen. Das heißt, wir nehmen mal mehr tragen. Deal. Good luck on your future expeditions. Finish expeditions. Success. Yippie. Current fame. 85. Golden Pyramid. Das wir die entdeckt haben. Gibt uns 150. Wir haben einen Elephant Task. Das gibt 25. Zweimal Tigerzähne. 50. Fünf Butterfliegen haben wir gefunden. Wunderbar. 25. Die Tage werden wieder abgezogen. New fame. 257. Cool. Alles klar. Wir schauen uns nochmal kurz die Map an. Ja, da sind wir ordentlich rumgekommen. Unser Trip durch die Höhle hat die Expedition auf jeden Fall verkürzt, weil wir hätten hier noch eine ordentliche Strecke zurücklegen müssen. Von dem her haben wir damit auch ein paar Tage gespart. Sehr cool. Dann würde ich sagen, Finish Expedition. Und es geht bereits zur nächsten Expedition. Können wir jetzt im Prinzip beide aussuchen. Ja, tatsächlich ist es das erste Mal, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Nämlich The Sad Swamps und Govanna Grasslands. A well-balanced region consisting mostly of white grasslands. Und This region is notorious for swamps. It is said that many sunken temples can be found here. We should bring an extra set of dry clothes. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen Save and Exit. So. Und beim nächsten Mal dann würde ich sagen schließen wir diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat ein Däumchen nach oben. Ansonsten dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit Expedition Nummer 3. Und dann gucken wir mal ob da auch alles so ein bisschen mehr alpha-mäßig aussieht was die Landschaften angeht. Dann überlegen wir uns ob wir weitermachen jetzt schon in dem Status von dem Spiel oder ob ob wir hier schon aufhören. Und bitte schreibt in die Kommentare welches der beiden Möglichkeiten wir wählen sollen ob wir lieber das linke oder das rechte die linke oder die rechte Expedition machen sollen. Würde mich freuen. Wie gesagt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.